hi fans wir sind gerade in australien ja vor dem tag ungefähr angekommen sind noch etwas müde aber hatten einen sehr guten flug und suchen ja gerade die rennstrecke aber irgendwie findet man sie gerade noch nicht und da haben wir gedacht wir fragen ja mal einen känguru aber da will uns auch keine aus keine antwort geben weil er hat mehr hunger als was er reden will und ja ein baby hat auch gerade drin ist leider gucken nur die füße raus aber vielleicht kommt du kommst gerade noch mit dem kopf raus eigentlich kannst du mal dein baby rausholen kriegst du die ganze zeit schon was zu essen und dann kannst du uns mal dein baby zeigen auf jeden fall ich denke mal bis freitag finden wir die rennstrecke noch wünscht mir viel glück am freitag greifen wir richtig an und hier ist wirklich tolles wetter bis jetzt noch so glaube ich auch so bleiben und ja wie gesagt noch mal wünscht mir alle viel glück am freitag greife ich richtig an und ich hoffe mal dass wir ein gutes ergebnis am wochenende einfahren jetzt kannst du raus guck hier schaut ok fans tschüssi viel spaß noch danke tschau ja Nev